Die neue Familienförderung, WEF, adressiert explizit Familien mit Kindern und ist an Einkommensgrenzen gebunden. Die Grundvoraussetzungen sind die gleichen wie bei der KfN-Förderung. Das heißt, das Gebäude muss die Kriterien eines Effizienzhauses 40 erfüllen und die Beheizung darf nicht mit fossilen Brennstoffen erfolgen. Des Weiteren gilt auch hier die zweistufige Nachhaltigkeitsförderung, sprich KfWG und KfWGQ. Die Förderung gilt jedoch nur für Neubauten oder Erstkäufe. Um in den Genuss der Förderung zu kommen, muss mindestens ein minderjähriges Kind im Haushalt leben und das zu versteuernde Jahreseinkommen darf maximal 90.000 Euro betragen. Für jedes weitere minderjährige Kind erhöht sich die Einkommensgrenze um weitere 10.000 Euro. Die KfN- und die WEF-Förderung sind nicht miteinander kombinierbar. Um die Förderung zu erhalten, besprechen Sie mit Ihrem Fingerhaus-Fachberater alle Details zum geplanten Wohngebäude. Anschließend führen Sie ein Finanzierungsgespräch mit Ihrer Bank oder Ihrem Darlehensvermittler. Dabei weisen Sie nach, dass Sie die Grundvoraussetzungen für die WEF-Förderung erfüllen. Dafür müssen Sie die Einkommensteuerbescheide des vorletzten und vorvorletzten Jahres, beider Ehe- oder Lebenspartner, sowie die Geburtsurkunden aller eigenen und angenommenen Kinder unter 18 Jahren, die zum Zeitpunkt der Antragstellung im Haushalt leben, vorlegen. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, dokumentiert Ihr Finanzierer dies in einem KfW-Formular, welches benötigt wird, um einen Förderkredit für die beiden Förderstufen der KfN-Förderung zu beantragen. Bei Förderstufe 1, also KfWG, können Sie einen zinsgünstigen Förderkredit von bis zu 220.000 Euro für das Wohngebäude erhalten und bei Förderstufe 2, also KfWGQ, bis zu 270.000 Euro. Die Beantragung der Förderungen läuft für jede Förderstufe analog der KfN-Förderung und Sie als Bauherr profitieren auch hier von der Kompetenz der Fingerhaus-Energieeffizienz-Experten bzw. der Auditoren. Du hast weitere Fragen zum Thema Förderung? Schreib uns gerne in die Kommentare! Um kein neues Video mehr zu verpassen, abonniere jetzt unseren Kanal!